So, hallo, wir machen weiter bei Binding of Icing Rependance. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten, bin bisher aber nur in den ersten Raum reingelaufen. Da gibt es schon mal einen HP-Up für uns. Wir sind immer noch bei Maggie mit Keeper, äh, Guidia. Und stellen uns, äh, leider furchtbar an. Okay, es kriegt direkt, okay, ich bekomme direkt am Anfang das Habit. Das Spiel will mir direkt wieder das Habit geben, finde ich gut. Bin ich dafür. Wenn ich jetzt draufgehe und es nicht kaufen kann, ich raste so aus. Ich raste so aus, wenn ich das jetzt nicht kaufen kann. Ich sage es euch. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall kaufen können. Sonst kriege ich eine Krise. Ich kriege die Mega-Krise, wenn wir das nicht kaufen können. Ich kriege die Mega-Krise. Also wirklich. Ey, das gerade war so ärgerlich, dass ich einfach... Äh, was heißt das gerade? Das im letzten Part war so ärgerlich, dass ich einfach... Ey, ich war wirklich... Ich war wirklich mit dem Finger auf Kuh, als ich gestorben bin. Es ist... Es ging so schnell wieder. Es ging so schnell einfach wieder. Dabei war es überhaupt keine schlimme Konstellation so von Gegnern. Oh nein, ich muss aufpassen. Alter! So viel zu meinem Habit. Nein, jetzt haben wir schon das Papier ab. Das wollte ich natürlich nicht, aber ich sehe es halt nicht. Vorher. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich kann mal gleich zumindest in den Itemraum gehen. Und uns was nehmen, was wir nicht sehen. Sehr schön. Ist in Ordnung. Los geht's. Hösch dich. Mann, ey, das war gerade echt... Es geht immer so schnell mit der Energie. Vor allem, wenn man von solchen Viechern hat getroffen. Ja, genau, wenn man von... Oh, ich bin aggressiv gleich. Ich bin gleich so aggressiv hier. Also, öffnet die Was ist das? Nein, ich hab das Herz verpasst. Da ist doch Müll, aber ich kann jetzt eh nichts kaufen, ne? Nee, 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 nee. Gleich weiter. Gleich weiter und hoffen, dass das hier irgendwie gut geht. Nee. Gut. Ich mein, es ist gut, dass wir durch diesen Schlageffekt jetzt auch noch, oh Gott, das Gift verteilen können. Aber was nicht gut ist, dass wir gleich tot sind. Gibt's mir ein Herz, bitte? Ja, danke. Oh mein Gott, yes. Gibt's mir auch noch ein Herz? Herz. 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 Nein. Oh mein Gott. Mist. What? Der macht One-Hit? Der macht One-Hit? Hätte ich nicht gedacht. Scheiße. Das war ja. Das war ja richtig ärgerlich. Das war ja richtig ärgerlich. Das muss weg. Das auch. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm, das gleich einzusammeln. Scheibenhonig. Richtig dumm. Das hier ist, das hier ist mein Kauf-Item. Muss nur die Runde überstehen. Oh Gott, lass mich bitte die Runde überstehen. Ich will wieder dieses schwarze Loch haben. Das war so geil, das eine Mal. Das war so geil. Das muss ich wieder haben. Und dann schön kombinieren mit anderem Zeug. Ich sollte die eigentlich jetzt mal in Ruhe lassen. Weil die kann ich schön nutzen, um mir Energie zu holen nachher. Weil die kann ich einfach schlagen und bekomme sicher Herzen. Na, und die tun ja mir nix. Was? 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 Alter, was ist denn hier los? Ich krieg die... Mit zwölf komme ich noch nicht weit. Ich brauche noch mehr. Erstmal Kampf machen. Ja, spreng dich selbst. Oh shit, ich habe nicht... Ehrlich gesagt, dass da ein Stein ist. Ey, Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck uns leider nicht mehr leisten. Schade. Das, wenn wir uns noch leisten, könnten wir insane gut. Aber können wir uns halt nicht mehr leisten. Ist ärgerlich, aber ist halt so. Weil wir kein Geld mehr kriegen. Oh, die rote Batterie, das wäre so geil jetzt noch. Mist. Aber wenn ich kein Geld mehr kriege, sowas soll ich tun. Das ist halt so. Ich bin mal froh, wenn wir hier durchkommen. Weil ich möchte den Wahn hier eigentlich nicht enden, wenn ich dieses coole Portal jetzt wieder... äh, Portal, sag ich schon. Dieses schwarze Loch jetzt wieder habe. Oh, das wird ein sehr ausdauernder Kampf, wie vorhin die beiden Monstros. Ich sag immer, vorhin. In irgendeinem der letzten Parts war es halt. Scheiße. Alter, jetzt dauert so drei Jahre. Sag mal, heilen die sich mit irgendwas? Oder was ist los? Die heilen sich? Ja, shit. Gut, ich sehe das jetzt erst. Die heilen sich. Äh, das hätte ja ewig noch gedauert. Die heilen sich einfach. War's ne Kacke. Das ist eh schon kein guter Start. Wir gucken kurz hier rein. Lol. Ja, meinetwegen. Ach man, aber ich wollte so schön... Ach man, ich wollte mein schönes Portal. Ach, ey. Es ist frustrierend. Ich möchte an meinen Rand von vor... Ich sag viel mehr vorhin. Vom letzten Part zurück, wo ich einfach kurz davor war, Q zu drücken und... Mann, der, wer hätte, hätte funktioniert, ey. Es ist zum Kotzen. Ich hasse das, wenn ich zwei oder drei Stunden... Einfach... Jo. Ich könnte schon längst einen anderen Charakter haben. Mann. Das ist so dumm. Riecht mich nicht auf. Du sowas Dämmel Nämlich. 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 Und Dann Das ist so dumm. Eigentlich. So, jetzt erstmal hoffen, dass im Itemraum brauchbares Item drin ist. Ah, war ich schon fertig. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Nein. Of course not. Warum sollte es auch? Ich habe keinen Bock auf so Kämpfe, wenn ich viel zu schwach bin. Das dauert ewig und drei Jahre. Wollt ans Herz ran. Ach ja. Oha. Das ist ein interessanter Start. Sammeln wir aber erst nachher ein, wenn wir anfangen. Also es ist ein sehr angenehmer Start tatsächlich. Von den Sachen, die da hier sind, würde ich eher nichts kaufen. Wenn wir nachher noch ganz viele Herzen haben, würde ich sie an ihm hierher geben und hoffen, dass er relativ schnell gnädig ist. Aber ansonsten, joa. Oh, Air plus Habit wäre auch cool. Du nimmst Schaden und kannst aber direkt wieder die Herzen aufladen. Das wäre auch eine coole Geschichte. Aber gut, jetzt erstmal, das All Stats ab und dann freuen wir uns eine Runde. Okay. Niemann Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Alter! Energieausrufezeichen. Energieausrufezeichen, sag ich nur. So, Herz... Äh, Quatsch, Herzschlüssel und dann brauchen wir hier nichts weiter kaufen. Kann man anbieten. Mist, ich hab ihn wieder nicht aufgepasst. Ich hasse das so abgrundtief. So, er ist weg. Er macht jetzt auch einen stabilen Abflug. Achso, ich hab ja gesagt, ich kaufe hier nichts weiter. Da war ja was. Ja, es sieht jetzt leider nicht so aus, ob wir noch viele Herzen zustande kommen würden. Nee. Dann ist es eigentlich auch nicht gut, mit ihm zu spielen. Schade. Schade, schade. Wird zu risky. Ist mir zu risky. Wir kaufen Schlüssel und wir hauen ab. Jo, nice. Auch cool. Weil, plus fünf Bomben. Itemtechnisch muss jetzt nichts unbedingt sein. Können wir auch zum Schluss holen, weil wir jetzt durch das HP ab und ein E volle Herzen kriegen. Okay, also itemtechnisch muss jetzt hier nichts eigentlich sein. Unbedingt so. So richtig. Können wir mal rerollen und gucken, was kommt. Shit. Der hat doppelt rerolled. Da war was cooles. Too late. Dreckigen Champion-Gegner, ne? Dreckigen Champion-Gegner, ne? Oh boy, da unten ist wieder einer dabei. Mach dich weg. So, sehr schön. Aber so sparen wir die Kohle für Wichtigeres. Ist doch auch in Ordnung. Der macht wieder ganzes Herz schaden, der Drecks. Das war nicht so. Und auch noch zu fluchen. Ich bin einfach böse Salty. Einfach, weil ich zwei Runs hatte, in denen ich es hätte schaffen können und die ich einfach komplett in den Sand gesetzt habe. Deswegen bin ich einfach böse Salty. So, äh, viereinhalb Herzen. Eigentlich will ich nix kaufen. Nix von dem, was hier ist. Ich hätte ein Dings vorhin gekauft, dieses Maschinengewehr-Pilzding, aber so kaufe ich nix. Wir gehen jetzt kurz mit dem Herz hier durch. Ja, okay. Passt doch. Wir machen dann hier weiter. weiter. Passt doch wieder, du. Alter, bist du... Ich bin... Ich bin gerade so böse erschrocken. Oh mein Gott, meine Nerven. Ich bin gerade so böse erschrocken. Bist du deppert. Oh, tschüss. Schon wieder, du! Lösch dich. Warte, ich helfe dir. Ich helfe euch beiden beim Löschen. Ausgelöscht. So, jetzt ist der Rest. So, jetzt gibt's einen Engelraum. Der ist sicher. Sehr schön. Mit hoffentlich einem brauchbaren Item. Die letzten Engelräume waren cool, aber nicht so das Nonplusultra. Das Nonplusultra sind Sachen wie Sacred Heart, Halo, solches Zeug. Schon wieder fliegen und ja, ich meine, das Schild ist cool, weil mit dem Schild kommen wir halt in jeden Stachelraum rein. So, das ist... Stachelraum technisch ist es cool. Alle... Alle... Alles andere ist so... Naja, ne? Kann man machen. Muss man nicht. Okay. Ich überlege gerade was. Soll ich mir den Meat Boy erstellen? Weil mit dem Item, was da vor uns liegt, kann man glaube ich mit vier Herzcontainern... Ist doch dieser Scrap-Dings... Irgendwas. Da heißt der so... Irgendwie so ähnlich heißt der. Ach, ich weiß nicht, wie er heißt. Scheiße. Äh... Jedenfalls kann man damit einen Meat Boy erstellen. Und zwar braucht man dafür... Ja, genau. Ich kriege einen Cube. Einen Meat Cube kriege ich. Das heißt, ich brauche wie viel Herzen für einen Boy? Ich glaube drei. Ich kriege einen Cube. Dann wird es zur Kugel. Und dann wird es zum Boy. Und ich würde halt direkt wieder HP Up zurückbekommen. Ne? Ich würde es mal ausprobieren wollen. Ich glaube so ein Meat Boy hier dabei haben, wäre gar nicht so verkehrt. Eins. Zwei. Drei. Hier. Oh, okay. So, und jetzt kriege ich meinen HP Up zurück. Ist nicht viel. Ne? Ist jetzt nur eins. Und ich bin langsam. Aber ist okay. Wir probieren es mal aus. Weil jetzt kann ich hier coole Sachen... Oha! Jetzt suchen wir erstmal kurz den Geheimraum, wenn wir hier schon unendlich viele Bomben haben. Kann die hier unten auch sein? Weiß ich gar nicht. Und sprengen die Pilze. Hier kann er nicht sein. Na hier wahrscheinlich. Oder hier. Treffer versenkt. Doll. Ja, cool. Nützt mir im Moment nix. Haben kein Space by Item. Naja, das eine halbe Herz ist jetzt auch nix. Ja, schade. Ich glaube, zwei Geheimräume gibt es nicht. Es gibt nur eine. Ja. Okay. Aber ist doch eine ganz interessante Geschichte jetzt, was wir hier haben. Ich denke, das kann man mal machen. Ich bin jetzt gespannt, was der Meat Cube hier... äh, der Meat Boy mir hier... wieder mir zur Hand gehen wird. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Können wir hier auch gleich mal aufräumen. Okay, the Fool. Kann man nutzen. HP up, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist wichtig. Für den Quatsch, den wir hier fabrizieren. Oh, bitte kein HP down. Okay. Bitte kein HP down. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, weil jetzt kann ich direkt in den Itemraum rein. Damit kann ich leben. So, was war jetzt... Okay, das ist jetzt nicht das Eye Drops Ding. Das ist jetzt das andere. Was war das jetzt nochmal? Wo warst du vor allem? In welchen... Zu welchen Items gehörst du? Das andere gehört zu Repentance. Könnte es auch zu Repentance? Ja. Ah, Range up und Tearsize up. Okay. Könnte man... Könnte man drüber nachdenken. Könnte man drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, mehr Spacebar-Platz. Könnte man auch drüber nachdenken. So, hier rein. Schön. Kills Heal. Das ist sehr wichtig. Nur jetzt bräuchten wir wieder mehr HP. Aber wir kriegen ja ein HP. herbringen wir hier wieder dazu. Das ist schon mal gut. Ne? Oh Gott. Mehr unbekannte Pillen. Okay. Ich riskiere wieder viel zu viel gerade. Nein! Ich bin schon groß genug. Scheiße. Ich bin schon groß genug. Oh Gott. Das ist nicht, was ich bestellt habe. Okay. Jetzt schnell in den Kampf. Oh, weia. Aber zum Glück ist halt er jetzt da. Ne? Er ist jetzt da und regelt erstmal ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, er regelt ziemlich gut. Und wir haben Kills Heal. Das ist auch sehr praktisch. Definitiv eine gute Geschichte. Und er ist halt... Also er räumt gut auf. Er räumt richtig gut auf. Das ist genau, was ich wollte. Sehr schön. Aber was passiert jetzt eigentlich, wenn ich jetzt noch einen Herzcontainer opfere? Also im Moment traue ich mich nicht. Weil meine vier Herzcontainer würde ich schon gerne so behalten, wie sie sind. Aber was passiert, wenn ich noch einen opfere? Das müsste doch dann einen neuen Tube mir geben eigentlich erstmal, ne? Kann ich dann sozusagen, wenn ich acht opfere, noch einen zweiten Meat Boy habe? Klingt verlockend, sag ich mal. So. Ähm, ja. Wenn wir schon größer werden, sollten unsere Tränen das auch werden. Insofern ab dafür. Ah, shit. Aber er regelt, er regelt. Er macht die Bosse jetzt einfach. Er macht einfach die Bosse jetzt auch. Er macht einfach alles. Guckt euch das an. Oha, das ist jetzt ungünstig, dass ich so langsam bin. Aber er ist zum Glück da. Zum Glück ist er da und regelt. Er regelt richtig. Guckt mal, wie er seinen... Wie er eben am Arsch einfach klebt. Nice. So gefällt mir das. Sehr, sehr schöne Geschichte. Also wenn wir noch einen HP abbekommen, würde ich glaube ich nochmal einsetzen, das Ding. Und gucken, ob ich dann einen Cube um mich rum bekomme. Weil wenn ich schon zu groß bin, wäre eigentlich ein Schutz um mich rum ganz cool. Ah, jetzt werden wir... Ah, nee. Wir bekommen jetzt ein Satan-Deal. Oha. Also wenn das Yamhat aufgeladen ist, ist das eigentlich eine interessante Geschichte. Weil wir dann Damage... Aber... Nee, wobei... Lieber nicht. Lieber nicht. Oh Gott. Wir müssen es ja nicht übertreiben. So, Schlüssel haben wir für die nächste Ebene. Das ist gut. Dann gehen wir weiter, ne? Dann gehen wir einfach direkt weiter. Wir gehen einfach nahtlos weiter und freuen uns der Dinge. Okay. Achso, jetzt können wir hier noch ablaufen alles. Stimmt, habe ich vergessen. Hätte ich vergessen. Okay, dann haben wir alles abgelaufen. Jetzt haben wir alles gesehen. Weiter im Programm. Yamhat ist aufgeladen. Wir können auf jeden Fall wieder mit vier Herzen kämpfen. Kriegen jetzt aber erstmal auf jeden Fall zwei... Oh mein Gott, Curse of Darkness. Kriegen jetzt aber auf jeden Fall zwei Herzen... Äh, zwei Dings erstmal dazu. Okay. Das kann man einfach gleich mitnehmen. Eine Bombe. Und... Boah. Ein Familiar. Okay. Nicht das Genialste, aber ist okay. So, kurz gucken, ob ich hier irgendwas... Oh, der ist gefährlich. Da laufe ich nicht drüber. Der kann explodieren. Böse Sachen dann mit mir machen. Will ich nicht. Schlüssel für eine Münze mehr. Ja, gut. Oh, für zwei Münzen mehr. HP ab. Noch ein HP ab. Okay. Sollen wir es gleich testen, oder... Ne, wir kämpfen erst mit dem vollen HP ab, was wir jetzt bekommen. Und dann testen wir es vielleicht. Machen wir es mal so. Wir testen es sofort. Ah ja, tatsächlich. Ich kriege einen zweiten Cube. Okay, cool. Aber würde das nicht bedeuten, ich kriege jetzt... Ich kann mir einen zweiten Boy erstellen. A-Verflucht. A-Verflucht. Ja, wir lassen die Herzen mal lieber so, wie sie sind. Ich glaube jetzt... Ich sollte es nicht riskieren. Ich sollte es nicht riskieren, jetzt wo ich die Herzen wieder habe. Wo ich wieder mehr Herzen habe. Jetzt da Blödsinn zu machen. Ich glaube, das sollte ich wirklich nicht riskieren. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. War mit zu sagen, wenn mir Last hinterher rennt und der einfach gleich ein ganzes Herz wieder abzieht. Na, das ist... Da dürfen wir jetzt nicht übertreiben. Wenn wir noch mehr HP ab wieder bekommen sollten, kann man drüber reden. Aber im Moment würde ich es an der Stelle genauso lassen, wie es ist. Aber wir sind noch nicht in den Raum hier reingegangen. Fällt mir gerade ein. Hä? Habe ich nicht... Ach, ich bin dumm. Ja, ich bin dumm. Ich habe vergessen, dass ich in dem Raum schon meinen Holy Shield verloren hatte. Ja, war blöd. War blöd. Okay. Pyjamas würde halt nur kurz wirken. Aber ich würde es jetzt tatsächlich mitnehmen, weil es ein Siebner-Item ist. Und weil es mir Sicherheit gibt. So blöd es klingt. Es gibt mir halt Sicherheit. Und die brauche ich gerade. Oh, es füllt die Roten auch auf. Ja, moin. Ja, moin. Dann hätte ich es vorhin auch eins... Oh, mein Gott. Dann hätte ich es vorhin auch eins sammeln sollen. Es füllt die Roten auch auf. Scheiße. Es füllt die Roten einfach auch auf. Das habe ich schon wieder... Das habe ich schon wieder... Siehst du, das habe ich schon wieder richtig falsch ver... Oh, mein Gott. Ich bin schon wieder zur Sau werden bei solchen Sachen. Wenn ich das alles immer falsch interpretiere und mir merke. Oder ist es jetzt nur wegen Tainted Maggie, dass das so krass auffüllt? Weiß es gerade nicht. Wahrscheinlich füllt es immer auf und ich bin einfach dumm. Wie Rot. Oh, es sind alle blauen Herzen übrigens weg. Stabil. So. Er regelt. Okay, der erste ist weg. Ich stehe hier ein bisschen ungünstig. Ja, so ist besser. Geh ja zu ihm. Hallo, hier ist der Gegner. Jetzt ist er wahrscheinlich... Der braucht wieder da unten auf. Geh hin, geh hin, geh hin. Ja, geh einfach hin. Mach, mach, mach. So ist gut. Okay, was kriegen wir diesmal? Wir haben ganz viele Herzen, wir können uns theoretisch was... Achso, wir kriegen gar nichts. Cool. Vision können wir direkt einsetzen. Hatten wir schon mal die Situation. Eine Bombe haben wir ja, dann können wir sie auch genau da setzen, wo sie ist. Passage. Ich weiß nicht, wo Füchte-Fool nutzen sollte, deswegen. Wo ist jetzt da ist, da ist der Geheimraum. Cool. Ähm... Muss ich mir nur gut überlegen, wann ich die... Ah, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, hier ist noch so ein... Aber das sind die Divorce-Papers, das bedeutet ein Knochenherz mehr. Das würde ich jetzt gar nicht mal einsammeln. Bin ich ganz ehrlich, das würde ich jetzt nicht einsammeln. Äh... Zieht der Herz-Container? Zieht das das Knochenherz ab? Ich meine, es ist ja auch ein Tears-Up, ne? Das ist ja eigentlich doch... Doch, ist es... Eigentlich ist es gut. Noch ein HP ab. Holy shit. Noch ein HP ab, will die mich verarschen heute? Aber ich kann es mir nicht... Das kann ich mir nicht mehr leisten. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Okay. Ich teste mal kurz, ob das Knochenherz jetzt wieder weg ist, wenn ich den... Dings einsetze. Nein, der zieht sich, der zieht. Der holt sich die richtigen, okay. Aber jetzt machen wir noch eins, dann haben wir einen zweiten Meat Boy, ne? Richtig, cool. Sehr cool. Und wenn ich nochmal mache, habe ich einen stärkeren Meat Boy. Sehr cool. Dann Abflug und jetzt schnell raus hier. Schlüssel haben wir für die nächste Ebene. Wie gesagt, das HP ab können wir uns nicht mehr leisten. Wir haben auch keine Bombe mehr. Einfach ganz schnell raus. Wir haben alles gesehen. Ah, hier gibt es noch Energie. Ah, zwei Meat Boys sind, glaube ich, auch sehr, sehr geil. Also das müsste schon in Ordnung gehen. Das müsste schon in Ordnung gehen. So, Scheol-Ebene. Gleich hier runter. Okay, Tiers ab, nehmen wir mit. Und hier oben auch, okay, auch in Ordnung. Alles cool. Alles cool. Ganz kurz hier aufräumen, bevor wir hier richtig loslegen. Magician, okay. Magician ist gut. Nehmen wir mit für den Endkampf. Äh, Bombentyp braucht man nicht. Da darf ich nicht reinlaufen, da muss ich aufpassen. Batterie wäre in Ordnung als gutes Item. Item, die Box brauche ich nicht. Das Fliegen, den brauche ich nicht. Ich komme da nicht ran. Dann machen wir noch ganz kurz hier rein. Wenn wir schon da sind. Oh mein Gott, da wollte ich jetzt nicht hin, aber es ist in Ordnung. Lump of Coal, nehmen wir mit. Abflug ist alles cool. Dann Feuer, Feuer und dann Abflug. Okay, wir gehen raus. Wir gehen in den Kampf. Passt. Los geht's. Zwei Meat Boys räumen jetzt richtig auf. Noch mehr als vorher. Und ich könnte immer noch mehr generieren. Das ist insane. Shit. Das Problem ist halt, dass man die Herzen so schnell verliert, ne? Mal kurz gucken, ob das überhaupt ein Dings Crawl Space ist. Nein, das ist kein Crawl Space. Gut, ähm, Yamhard, wo bist du da? Zack. Meat Boys regeln. Sehr schön. Meat Boys regeln immer noch. Kills Heal regelt ja auch noch. Ne? Das ist auch nochmal gut. Das Missing... Äh, nicht Missing Paper, Misty with Paper. Was wir haben, ist auch gut. Aua. Dann noch hier. Den Kampf hinterher. Passt. Kommen wir klar. Bitte nicht mein Knongerz verlieren. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Alles da. Alles da. Ab da rein. Ach nee, haben wir ja gesehen. Waren wir ja gerade drin. Brauchen wir ja gar nicht gucken. Brauchen wir ja gar nicht weiter gucken. Okay. Äh, kann ich irgendwas kaufen? Wir haben, glaube ich, gesagt, ich will hier nichts kaufen. Ah, die Batterie wollte ich kaufen. Never mind. Hab nichts gesagt. Batterie kaufen wir natürlich. Ah, PhD jetzt noch kaufen. Äh, erscheint mir nicht sonderlich sinnvoll. Da es allerdings gerade im Angebot ist, würde ich vielleicht einmal kurz versuchen, hier zu rerollen und gucken. Ach so. Das rerollt sich dann auch mit. Ah, IC, IC, IC. Äh, äh, dann, dann kauf halt noch das Tier ab. Weil da krieg ich auch nochmal ein paar Herzen. Passt. Abflug. Dann sind wir doch hier gut ausgerüstet, würde ich sagen. Okay, nicht in die Bombe laufen. Okay. Äh, Yam hat es wieder einsatzbereit. Weiter geht's. Schlüssel haben wir. Brauchen wir gar nicht mehr. Wir brauchen keinen Schlüssel mehr. Wir brauchen keinen Schlüssel mehr. Alles gut. Brauchen keinen Schlüssel mehr. So. Okay, gefährlich, da reinzulaufen. Hm. Oh, nice. Oh, guckt mal, was da ist. Aber ich hab halt jetzt kein Item, was das auflädt. Also bringt's mir eigentlich nicht so viel. Ähm. Wir sind eigentlich mittlerweile wieder recht schnell. Also das Speed-Up brauch ich, glaube ich, nicht. Und das ist die Almond Milk, ne? Hä, hä, hä. Nein. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Nachher funktioniert das wieder überhaupt nicht, wie ich will. Ich überlege kurz, ob ich die Kiste hier riskieren soll. Aber ich... Ich laufe in die Stacheln. Ich kenn mich. Aber ich hab ja... Stimmt, ich hab ja Dings. Oh mein Gott. Volltrottel. Ja, oh mein Gott. Wenn ich da nicht rein will. Ich hab ja... Ich hab ja Dings. Ich kann ja... Ich bin ja... Kann ja umsonst reinlaufen. Hab ich wieder fast vergessen. Und mit fast meine ich, ich hab's vergessen. Okay. Jam hart und los geht's. Ihr zieht mir jetzt nicht schon wieder Geld ab, ihr Drecksäcke. Sehr schön. Das Kill-Ziel ist enorm gut. Weil es halt von selber heilt, ohne dass ich diese Herzen einsammeln muss. Das ist super gut. Und die Meat-Boys sind halt sowieso insane gut. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, das ist sehr schön. Jam hat es doppelt aufgeladen. Ich kann's doppelt einsetzen. Perfekt, Diko. Ich brauch's noch nicht mal einsetzen. Weil direkt die Kills halt healen. Ne? So, der Erste hat sich verabschiedet. Und der Zweite verabschiedet sich auch. Tschüss. So. Dann geht's hier weiter. Aua. Und dann geht's hier weiter. Noch ein Engelraum. Insane. Oh mein Gott. Beides cool. Buddy gibt mir halt, ich glaub, drei HP-Ups. Ich würd, ich würd aber fast die HP-Ups jetzt bevorzugen. Bin ich ganz ehrlich. Ich würd die HP-Ups bevorzugen. Das andere ist auch super cool, aber ich glaub, die HP-Ups zu haben ist besser. Weil, weil ich ja eben, ne? Dann, nee, komm, Abflug. Wir nehmen das mit. Klar, die lehren sich wieder, aber wir behalten jetzt eine ganze Weile. Und wir heilen ja konstant. Wir heilen uns ja konstant. Jetzt kaufe ich halt noch Sachen, dass ich noch was kaufe. Nehmen wir halt das Speed-Up mit. Mal gucken, was drunter vorkommt. Ja, sehr geil. Genauso hab ich mir das vorgestellt. Perfekt. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Noch ein Damage-Up mitgenommen. Abflug. Raus hier. Wunderbar. Und wir heilen halt. Also, wenn's jetzt nicht läuft. Wenn's jetzt nicht läuft, dann weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich, Leute. Ja, Curse of Darkness bei Greed. Alles klar. Mach doch, was du willst. Spiel. Mach doch, was du willst. So. Rein da. Und vor allem doppelter Meat Boy, die jetzt konstant Schaden machen werden. Das kann doch nur gut gehen. Dazu Kill's Heal. Ich muss gar nicht von selbst die Herzen einsammeln, theoretisch. Ich kann sie ja zusätzlich noch einsammeln. Klingt für mich gut. Sieht übrigens übelst geil aus, gerade, mit Curse of Darkness, ihn zu bekämpfen. Ah, shit. Sieht übelst cool aus. Äh, jetzt hat's mein Knochenherz verbogen, aber es ist egal. Aber das ist das, was ich meine, ne? Die geben jetzt nur die ganzen Herzen zurück. Easy going. Aua. Also, wenn's jetzt nix wird, dann rastig aus. Dann haben wir, glaub ich, zwei Stunden in den kompletten Kampf jetzt gesteckt. Insgesamt. Oder sogar mehr. Und zweimal war es halt fast... Zweimal hätten wir es fast gehabt. Also, ich weiß jetzt schon, ich muss das wieder zusammenfassen. Ich werd die Fails wieder zusammenfassen. Ich hab absolut keine Lust mehr, euch nur Failparts zu zeigen. Das ist nicht mein, nicht mein. Ah, ich Dummkopf. Ich Dummkopf. Ich hab doch Magician extra mitgenommen. Mein Gott. Lost. Jetzt haben wir noch einen geileren Effekt übrigens dadurch bekommen. Hui. Das sieht interessant aus. Ja, dann nehm ich die Karte mit und nutzt sie wieder nicht. Ey, das ist wieder so typisch, ne? So, tschüss. Und wir machen weiter. Uch, oh, oh, Alter. Fashion Effekt hier. Ja, da kam der Stichtstrahl. Ich denke, jetzt gibt's halt kein Kills-Heal mehr so richtig. Da muss ich aufpassen auf meine Energie. Shit. 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 Die Bomben sind echt kacke. Ey, das hätt noch mal knapp werden können. Das hätt noch mal knapp werden können. Ich sag's nur. Das hätt echt noch mal knapp werden können. Ei, 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 ei. Boah, es geht so schnell mit Maggie runter. Es geht so schnell mit Maggie runter. Puh. Aber endlich. 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 So, jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit den Parts so mache. Wie ich die jetzt wieder zusammen packe. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen und Tschüss. Tschüss.